Hallo, herzlich willkommen im CIDUS Business Park in Funkstadt. Mein Name ist Anja Lopez und ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Gerne möchte ich Ihnen heute einen kurzen Einblick in unsere parkanten Flächen geben. Neugierig geworden? Dann folgen Sie mir. Ein erfolgreiches Unternehmen benötigt Raum, um zu wachsen. All das und noch vieles mehr finden Sie in unseren Lagerflächen in Funkstadt. Unsere großzügigen Hallen überzeugen nicht nur durch Ihre Ausstattung, sondern auch durch die gute Infrastruktur. Hier finden Sie Platz zum Produzieren oder um Ihren Bestand zu lagern. Die große Auswahl an verschiedenen Raumvarianten wird von Start-ups, Selbstständigen, aber auch von etablierten Firmen sehr geschätzt. Angefangen bei 460 Quadratmeter bis hin zu 1400 Quadratmeter finden Sie sicher den richtigen Platz für Ihre Produkte. Das CIDUS Business Park in Funkstadt liegt nahe der Autobahn und garantiert so eine optimale Anbindung an den Fernverkehr. Ich hoffe, Ihnen hat unser Rumpen gefallen und es würde mich freuen, wenn Sie mit mir in Kontakt klicken, um eine persönliche Besichtigung zu vereinbaren oder ein Angebot anzufragen. Ich wünsche Ihnen bis hin eine kurze Zeit. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!